An dieser Stelle schalte ich zu Michael Grütz in Brüssel. Herr Grütz, die Inhalte, die wir gehört haben, die waren ja jetzt schon recht konkret. Können Sie uns etwas darüber sagen, in welcher Art und Weise, in welcher Atmosphäre die Gespräche stattgefunden haben heute? Das war eine insgesamt sehr konstruktive und angenehme Atmosphäre. Man konnte spüren, dass die Offenheit seitens Frau von der Leyen, aber eben auch der verschiedenen Fraktionen durchaus vorhanden ist. Wenn man jetzt Abstufungen vornimmt, könnte man sagen, dass die Sozialdemokraten vielleicht etwas widerspenstiger waren. Sie haben heute Morgen direkt Frau von der Leyen klargemacht, dass sie nicht die Person ist, die sie da eigentlich sitzen haben wollen. Sie seien für das Spitzenkandidatensystem und Franz Timmermans. Und die Forderungen, die auch dargestellt worden sind, waren von den Sozialdemokraten sicherlich sehr klar. Das bezog sich einerseits auf die Rechtsstaatsverfahren, Ungarn, Polen, konkrete Fragen, aber es gab nur vage Antworten. Jedenfalls haben die Sozialdemokraten das so empfunden. Und auch was soziale Fragen angeht, schienen manchem da doch, Frau von der Leyen, etwas zu vage noch. Bei den Liberalen war es etwas anders, vielleicht etwas freundlicher noch. Bei den Grünen wird es jetzt zur Zeit, läuft ja noch diese Befragung weiter, noch etwas schroffer vielleicht auch zugehen. Jedenfalls ist es ein Befragungsmarathon im Minutentakt in allen Sprachen, durch alle Politikfelder, die es nur so gibt. Also das ist wirklich ein Grillen auf höchstem Niveau. Und bisher schlägt sich meines Erachtens von dem, was ich gesehen habe, Ursula von der Leyen, relativ gut. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ganz zu Anfang von dem Treffen mit den Sozialdemokraten gesprochen. Da haben wir schon im Vorfeld, zumindest von den deutschen Sozialdemokraten gehört, dass sie von der Leyen geschlossen ablehnen möchten. Bleibt es dabei? Bislang habe ich da noch keine anderen Einlassungen vernommen. Also da bleiben die dabei und sie sind auch der Meinung, dass die Mehrheit keineswegs sicher ist und dass eher eine Wahl unwahrscheinlicher geworden ist. Das ist natürlich Taktik und parteitaktisches Kalkül, das ist ganz klar. Und was man allerdings weiterhin sagen kann, ist, dass beispielsweise die spanischen Sozialdemokraten und die portugiesischen deutlich näher an einer Wahl sind und an den Befürworten. Und bei einigen anderen kann man das nur schwer sagen. Das gleicht so ein bisschen einem Blick in die Glaskugel. Aber wir sind ja nun jetzt auch noch einige Tage vor der Wahl in der nächsten Woche und da kann noch eine ganze Menge passieren bis dahin. Herr Grütz, weshalb könnten die spanischen und die italienischen Sozialdemokraten sich vielleicht doch für eine Zustimmung für Frau von der Leyen durchringen? Was sind die Gründe dafür? Na, vor allen Dingen bei den Spaniern ist es so, dass die Sozialdemokraten nach ihrem Wahlsieg vor kurzem eine deutlich selbstbewusstere Rolle spielen. Anders als die letzten Jahre zuvor. Spanien ist wieder da, spielt mit in der europäischen Diskussion. Und Pedro Sanchez hat auch ganz klar gemacht, dass er Franz Timmermans will. Aber irgendwann konnte er seinen eigenen Außenminister Josep Borrell auch durchbringen, hier als Außenbeauftragten. Und im Gegenzug geht es jetzt natürlich darum, sich auch an die Abmachungen zu halten. Und er will dann auch, dass von der Leyen, möglichst von seinen Sozialdemokraten im Europaparlament mit unterstützt wird. Das ist ein wenig hier die Erzählung. Und Portugal macht da offensichtlich auch mit. Es spielt aber auch noch eine andere Sache, glaube ich, eine Rolle. Nämlich, dass in Spanien beispielsweise oder in Portugal dieses Spitzenkandidatenprinzip, das bei uns in Deutschland ja immer so in der Diskussion ist, dort gar nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Dort ist man noch in anderen Betrachtungen verhaftet. Und viele der Kandidaten waren dort überhaupt nicht bekannt, nochmal anders als bei uns. Und von daher ist das Festhalten daran auch nicht ganz so ausgeprägt. Lassen Sie uns noch einmal auf die Fraktion der Grünen im Europaparlament schauen. Da läuft zurzeit die Anhörung ja noch. Und im Vorfeld hatten wir zumindest von den deutschen Grünen die Forderung gehört, für grüne Stimmen müsse es auch grüne Inhalte geben. Haben Sie so eine Art Zwischenbilanz, welche grünen Inhalte das sein könnten? Wir hatten schon gehört, eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050. Noch etwas? Also es ist auch die CO2-Steuer eine große Frage. Da wollen die Grünen natürlich, dass deutlich mehr gemacht wird. Und interessant ist ja, dass in Deutschland gerade die CO2-Steuer in der Regierung hoch umstritten ist und von einigen Parteifreunden von von der Leyen abgelehnt wird. Jetzt hat sie gerade hier, das haben wir auch in dem Ausschnitt gerade bei Ihnen gesehen, gesagt, CO2 braucht einen Preis. Das ist natürlich auch noch eine vage Formulierung. Macht aber deutlich, dass sie so ganz ablehnt einer solchen Frage nicht gegenübersteht. Ich würde das interpretieren als ein Entgegenkommen an die Grünen. Auch die Frage, eine CO2- und eine klimaneutrale Europa zu erreichen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, auch das hat sie deutlich gemacht. Also in dieser kleinen Rede, die sie da vorhin gehalten hat, und ich war dabei, habe mir das angehört, ist für jeden so ein bisschen was dabei, um jeden zufriedenzustellen, um am Ende dann auch nochmal klarzumachen. Und was wir ganz besonders brauchen, ist ein vereintes Europa. Also der Appell, die Streitigkeiten und den Zwist zu überwinden und sie dann vielleicht am Ende doch zu wählen. Also das war sehr genau orchestriert auf die Bedürfnisse der verschiedenen Fraktionen und auf die einzelnen Interessen hin, damit es doch zu einer Wahl kommt. Aber gesichert ist das noch lange nicht. Es sind noch viele Tage bis zu dieser Wahl. Vielen Dank für diese Informationen aus Brüssel. Michael Grütz.